Angefangen hat alles im Jahr 2000, da wurde der Startschuss für die erste Raiffeisen-Club-Kinoparty gegeben. Das Highlight neben Popcorn und Gratisgetränken sind kostenlose Eintrittskarten für aktuelle Filme im Kino mal 4 in Wieselburg. Die Veranstaltung läuft auch ein bisschen unter dem Motto Kino and more. Das heißt, damit das Warten auf den Film nicht zu lange dauert, haben wir jedes Jahr als Partner mit an Bord das Team von Le Figaro, die jungen Mädels in erster Linie, die eine tolle Frisur zaubern und die können sich da richtig stylen lassen. Sehr beliebt. Wir haben einen DJ Lassi hier, der für die notwendige Moderation und den Party-Sound sorgt. Wir haben das Bowling-Center Burgstall mit an Bord, das uns mit diversen Gutscheinen für die große Tombola unterstützt und nicht zuletzt auch ein großes Danke an das Kino mal 4 in Wieselburg hier. Und die Familie Schützenhofer, die uns diese Veranstaltung ermöglicht und uns jedes Jahr hier diese Durchführung von der Kinoparty ermöglicht. Zwischen 8 und 20 Jahre waren die vielen Kinobesucher. Insgesamt 800 an der Zahl. Mit der Gratis-Eintrittskarte in der Hand ging es für ein jedes Raiffeisen-Club-Mitglied in den Kinosaal zum außerwählten Film. Wir haben für alle Altersgruppen Filme bereitgestellt. Das geht von den kleinen Kids, die im jetzt Großteil Star sind. Die schauen sich heute Cars 3 an. Dann haben wir den absoluten Renner heuer, Fuck You Goethe 3. Dann haben wir noch den Film Justice League und Bad Moms 2. Und somit ist für alle Altersgruppen von 8 bis 20 haben wir Filme heute dabei im Programm. Hast du den Film schon gesehen? Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, aber mir gefällt ja immer wieder zum Ausschauen. Also ich würde mir den sogar immer ausschauen, wenn ich kann. Ja, weil auch coole Schauspieler dabei sind. Ich glaube, dass es voll lustig ist, weil eine Freundin von mir hat gesagt, dass der Film voll lustig ist. Doch wie kommt man zum Katis Kinovergnügen? Ja, es funktioniert so, unsere Kunden bekommen SMS zugeschickt. Dort haben sie dann auch die Einladung drinnen von unserer Kinoparty und dort wird auch die ganzen Filme bekannt gegeben und die Kunden kommen dann zu uns direkt in die Bank und holen sich dann die Karten bei uns ab. Und jetzt noch eine Frage. Was denn zu einem perfekten Kinobesuch so alles dazugehört? Eigentlich Popcorn und ein spannender, lustiger, cooler Film. Ein lustiger Film mit Freunden und einen schönen Abend zu einfach machen. Viel Spaß. Viel Popcorn. Popcorn. Popcorn über das Wissen und Freunden. Mit Freunden, Spaß und Popcorn. Freunde. Freunde. Ein cooler Film. Alle Zutaten, die bei der Raiffeisen Club Kinoparty serviert wurden. Getoppt wurde das cineastische Erlebnis noch durch ein Gewinnspiel, bei dem es Kinogutscheine, eine Moped-Komplettausstattung und ein Fahrsicherheitstraining zu gewinnen gab. Die Kinoparty ist jedes Jahr das Saisonhighlight von unseren Events, die wir anbieten für die jungen Kunden. Und im Prinzip geht es dann wieder los so richtig mit der Raiffeisen Club Beachmania im Sommer 2018. Und über den Sommer haben wir dann auch noch viele weitere Veranstaltungen, Partys, wo wir eben Sponsor sind und die Clubmitglieder dann diverse Vorteile bei den Eintritten oder vor Ort durch einen Clubstand von uns genießen können. Eins steht jedoch fest. Schon jetzt steigt die Vorfreude auf die nächste Ausgabe, der Raiffeisen Club Kinoparty 2018, organisiert von der Raiffeisen Bank Mittleres Mostviertel im Kino 04 in Wieselburg.